Wir schreiben das Jahr 2035. Es gibt kein Wasser, kein Gesetz und keinen Held, der die Welt retten kann. Ganz sicher? Die Welt retten. Ist das wie auslutschen? Was? Da existieren drei Millionen Liter Wasser unter den blauen Dünen. Und die werden sie mir zurückerobern. Halb! Nein, ihr seid voll neidisch auf mein Rohr! Gebt sie auf, eure Hoffnung, ihr, die ihr hier eingetreten seid. Ey, von mir aus folter mich. Ist schon okay. Machst du mit dieser Idiotenscheiße weiter? Erschieß mich bitte. Machen Sie es gut. Ich bin tot und befinde mich im Himmel der Superkörper. Ich wette, meiner ist viel größer als deiner. Mich vermisst? Hey, du brauchst echt keinen Schiss zu haben. Das ist etwa so wie das erste Mal, als du gevögelt hast. Abgefahren! P-p-p-p-pauw! Die Welt retten, aber erst saufen. Am allerliebsten liege ich oben. Oh, die Spontanität hat das Gebäude verlassen. Mütter, schließt eure Jungs ein. Tank Girl. Mütter, schließt eure Jungs-Blo.